In diesem Video geht es um das Thema Rechtsformen. Ich erkläre dir, welche Rechtsformen es gibt, wodurch sie sich unterscheiden und wie viel Geld du zur Gründung benötigst. Jedes Unternehmen hat eine Rechtsform. Wer ein Unternehmen hat, muss eine Rechtsform wählen. Unterschieden werden die Rechtsformen in Einzelunternehmen, Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften und sonstige Rechtsformen. Die Rechtsform wird während der Unternehmensgründung gewählt und festgelegt. Wer allein selbstständig werden möchte, kann sich als Einzelunternehmer anmelden. Das hat den Vorteil, dass alle Entscheidungen allein getroffen werden können. Bei Schulden muss der Gründer selbst dafür aufkommen. Einzelunternehmer können sich in das Handelsregister eintragen lassen. Das Handelsregister ist ein öffentliches Register, in welchem Unternehmen und deren Geschäftsführer eingetragen werden. Personengesellschaften werden oft gewählt, wenn es mehr als einen Gründer gibt. Zu den bekanntesten Personengesellschaften zählen die Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, in Deutschland GbR, in Österreich GESBR, Offene Handelsgesellschaft, in Deutschland OHG, in Österreich Offene Gesellschaft OG und die Kommanditgesellschaft KG. Alle Gründer haften gemeinsam und müssen zur Not auch mit ihrem Privatvermögen Schulden bezahlen. Die wichtigsten Kapitalgesellschaften sind die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH, und die Aktiengesellschaft, AG. Der große Unterschied zu den Personengesellschaften liegt in der Haftung. Geschäftsführer haften bei Problemen nicht mit ihrem privaten Geld. Schulden werden nur mit dem Geld im Unternehmen bezahlt. Bei der Gründung einer Kapitalgesellschaft müssen daher Kapitaleinlagen auf das Geschäftskonto eingezahlt werden. Für eine GmbH werden in Deutschland mindestens 25.000 Euro und in Österreich 35.000 Euro Stammkapital eingezahlt. Bei der AG sind es in Deutschland mindestens 50.000 Euro und in Österreich 70.000 Euro Grundkapital. Ein Verein kann sich in ein Vereins- oder Handelsregister eintragen lassen und erhält den Zusatz eingetragener Verein, e.V. Dadurch wird der Verein rechtsfähig und kann beispielsweise Verträge abschließen. Eine Eintragung muss nicht zwingend erfolgen. In diesem Fall spricht man auch von nicht rechtsfähigen oder nicht eingetragenen Vereinen. Der große Unterschied zwischen den Rechtsformen liegt in den unterschiedlichen Strukturen der Unternehmen. Es gibt unterschiedliche Regelungen zur Haftung, zur Kapitaleinlage und Anzahl der Gründer. Steht zu Beginn wenig Geld zur Verfügung, fällt die Wahl meistens auf das Einzelunternehmen oder auf die Personengesellschaft. Das ist eine Eintragung muss nicht zwingend erfolgen. Das ist eine Eintragung.